Bei uns ist der laute Ton gang-umgeber. Ich kacke, ich scheiße, ich habe Banussschwäche. Kommen Sie in die Kahn vor? Dann wird Ihnen das hier gefallen. Das ist S-S-S-Screet. Ich dachte, dass das funktioniert. Tut es aber nicht. S-S-E-S-Ein-Arsch verwandelt flüssigen Stickstoff den Gel. Für erstaunlichen Kot, der überraschend dünn ist. Always discreet, Banussschwäche. Wie pupsen Tiere. Der Flo, der Flo, der baut sein Haus im Fell. Und weil er klein ist, pupst er auch ganz leise und ganz hell. Der Fisch, der Fisch, das ist ein ganz schön nasser. Und hört nur, wenn er pupsen muss, dann blubbert's unter Wasser.